hi leute na und willkommen zurück zum nächsten sonic dash let's play wie immer auf meinem kanal ja mehr kann ich auch gar nicht sagen okay wir sind drinnen und ich sehe schon wir haben geschenke bekommen kalender du 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 klassen geschafft du hast nicht genug ja okay gut den holen wir uns im nächsten part jetzt gucken wir uns hier erst mal ein bisschen um die charaktere müssen wir alle kriegen wir sind ja kurz dabei den den pinken skin hier oben zu bekommen und ich bin gespannt ob wir die heute kriegen dann werden wir mal anfangen zu laufen den müssen wir mitnehmen was okay ich wollte eigentlich anstatt dieses video ein 24 stunden video hochladen werbung ich wollte eigentlich in 24 stunden video hochladen aber habe es dann doch nicht gemacht ich habe es dann leider doch nicht mehr gemacht aber wie ihr werdet auf jeden fall irgendwann noch ein 24 stunden video auf diesem kanal hier sehen auf jeden fall da könnt ihr euch drauf verlassen boah ein nächstes puzzle aber er macht es schon wieder nicht wie immer oh ja magnet ist geil alle mitnehmen sprinten ich liebe dieses spiel wenn ihr bock habt dass ich den zweiten teil mal spielen soll dann müsst ihr das ruhig in die kommentare schreiben wenn ich den zweiten mal spielen soll es gibt ja auch im zweiten und er macht schon wieder nicht oh snow gefällt mir oh na gut dann wollen wir mal gucken können wir schon was an unserem werbung so oh wir können wieder was bauen super super wir müssen nicht mehr viel bauen haben wir es geschafft kommt leute das schaffen wir ich nehme mir das mal heute als ziel dass wir das heute schaffen ich streng mich an wie niemand sonst hopp hopp komm schon Oh ja, dieses Mal zieht der es durch. Klasse. Bam. Ja, wir haben das Puzzle vollständig. Sprinten. Bam, bam. Wee. Ja. Oh, nein, nein, nein. Mist. Scheiße, falsche Richtung. Äh. Wir müssen mehr Feinde besiegen, um mehr Leute freizus- mehr dieser, äh, Pinguine und so freizuschalten, damit wir das fertig machen können. Bam, bam. Oh, nein, Mist. Ich wollte noch auf die andere Seite wechseln, aber es war zu spät. Ja. Weiter. Äh. Naja, eine Runde mache ich danach noch. So. Ja, wir können wieder die nächste Sache fertig machen. Drei Sachen brauchen wir noch. Komm schon. Kann ich wieder was an meinem Skin finden? Ja, zwei Sachen konnte ich schon mal sagen. Äh, machen. Sachen. Machen, meinte ich. Okay. Diesmal. Diesmal. Leute. Wünscht mir Glück. Dass wir das schaffen. Das schaffen wir. Dieses Mal schaffen wir das. Das weiß ich genau. Wow. Das war knapp. Was ist denn das? Und... Und... Er macht es schon wieder nicht. Was ist denn das? Oh Mann, warum bin ich mir so schlecht im Spiel? Damn. Was ist denn los mit dir? Was? Okay. Äh. Ja, bewerten tue ich später. So. Äh. Wir können... Na, eine einzige Runde laufe ich noch. Sonst wird mir das Video ein bisschen zu kurz. Das war okay. Komm schon. Schon wieder nicht. Ey, das ist doch... Ich sag dazu nichts mehr. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist doch gut aus. Ja, das ist doch nicht mehr. Ja, gut, okay. Ich würde es dann hier auch sein lassen. Ich hoffe, wir können was machen. Ja, ich kann sogar zwei Sachen ausbauen. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das heißt, ich muss tatsächlich nicht mehr viel. Also in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich... In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich definitiv den Skin kriegen. Also... Ich bin mehr als positiv überrascht von dem Spiel. Immer noch. Auf jeden Fall. Wenn euch das Spiel gefällt, schreibt mir in die Kommentare. Dann zocke ich das auf jeden Fall weiter. Und schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr auch den zweiten sehen wollt. Es gibt ja, glaube ich, den zweiten, habe ich das letzte Mal gesehen. Und dann gibt es noch Sonic Forevers, wenn ich das auch spielen soll. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Und ja, wenn ihr mal irgendwelche anderen Videos sehen sollt, beziehungsweise sehen wollt. Ja, schreibt einfach was in die Kommentare, auf welches Video ihr mehr Lust hättet. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und... Tschüss.